So YouTube, willkommen zurück zu Throne and Liberty und jetzt auch wieder mit Ton. Ich habe in der letzten Folge den Spielsound ausgehabt. Ich wurde glücklicherweise von Eisenbär dann drauf hingewiesen. Was wäre ein, ja nicht, ein Streamer, wenn er nicht fähige Leute im Chat hätte, die ihn vor seinen eigenen Fehlern bewahren? Da oben ist sie irgendwo. Und dann fragen wir doch mal diese komische Sidequest hier. Doch, hier waren wir schon, nicht? Mit der haben wir doch geredet. Okay, dann haben wir nicht richtig mit dir geredet. Hallo? Ja, ich habe nicht hier herangedrückt. Was liegt an? Äh, hört sich nicht gut an. Okay, ihre Assistentin ist nicht gekommen. Sie macht sich Sorgen, dass ihr Experiment nicht fertig wird. Nicht, dass ihre, äh, Assistentin nicht da ist und vielleicht irgendwo im Graben liegt. Na gut. Ähm, so, ich soll irgendeinen Eimer nehmen. Zeig mir das Ding an, wo ich hinlaufen soll. Ich guck mal. Da soll ich hin. Hä? Okay, der zeigt doch voll die komische Richtung an, oder? Da. Okay, ich weiß nicht, was mir diese drei Engel ansagen. Äh, Engel. Engel. Ach. Na, Dingsabumstars. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese drei. Ich würde das als WLAN-Symbol identifizieren. Habe ich jetzt den Eimer aufgenommen, oder nicht? Ich glaube, oder? Basilisken dreschen ist beendet. Okay. Nee. Braucht doch noch einen Eimer. Oder was? Rachsüchtige Bestie hat begonnen. Ah, und dann soll ich reinkommen zu ihr. Ach so, ich soll einen Eimer holen und rein zu ihr. Alles klar. Verseuchte Regen. Okay. Irgendwas zum Mitnehmen? Experiment, Skarabios? Das kann doch nicht gut ausgehen. Was erforscht du denn? Okay. Okay, experimentelles Regenwasser. Das kann ja nur gut ausgehen. Okay. Natürlich beobachte ich den Skarabios, der uns angreifen wird. Und da fliegen die Herzen im Chat wieder. Ich habe alles im Blick. Okay. Dann sprengel ihn mal voll. Ach, ich muss das auch noch machen. Und hallo, Enem. Na dann. Ach, wirklich. Zack. Gegrillt. So. Toll. Und dein Regenwasser. Na, ich aber auch. Könntest du das ausführen? Okay. Okay. Ich habe gerne geholfen. Man sieht sich. Manner Regenerationstrank nehme ich doch gerne mit. Zack. Ich finde cool, dass man in ein Gebäude so reingezogen werden kann. So. Und die Aufgabe liegt auch vor uns. Sehr gut. Und was sollen wir da machen? Vernichte Defektionspflücker. So. Es fühlt sich an, als ob wir ein Level 50 Charakter sind. Der hier eigentlich nichts zu suchen hat. Nicht wahr? Oh. Weil die Gegner halt so gar keine Gegenwehr bieten aktuell. Da ist das Balancing nicht ganz so gut gelungen. Wie viel gefährliche Pflücker sind das ja nur. Ich muss noch im Feld weiter. Bring mal hin. Oh. Buch. Ganz wichtig. Jawoll. Das hätte ich glaube ich nie gefunden. Wenn wir hier nicht durch Zufall lang gegangen wären. Ist auch nur ein gefährlicher Pflücker. Wir sind immer noch außerhalb. Egal. Alles fürs Leveln. So. Gefährliche Pflücker. Gefährliche Pflücker. Gefährliche Pflücker. Gefährliche Pflücker. Es gibt nur einen defekten Pflücker anscheinend. Ah, den müssen wir finden. Ah, den müssen wir finden. Wahrscheinlich kann es sein, dass der hier drunter sich versteckt. Und manchmal ein Skarabeos rauskommt und am Ende eher gefährlicher Pflücker. Ich mein, levelt eh alles. Ich mein, levelt eh alles. Zack. Weg damit. Spielst du GTA? Ne, GTA gar nicht. Also GTA Vice City habe ich früher mal gespielt. Aber danach auch nicht mehr. Ich habe nicht mal eine Konsole. Also da die Spiele erst Jahrzehnte nach dem Release dann auf dem PC rauskommen, habe ich immer kein Interesse daran mehr. Da müsste die Firma mal ihre Politik überdenken und nicht erst Jahre später Sachen für den PC rausbringen. Ist bei Red Dead Redemption genauso gewesen. Ja, ja, inzwischen. Aber was lohnt sich ein Spiel, was vier Jahre nach dem Release irgendwie auf dem PC kommt oder so? Bei Red Dead Redemption auch. Wir bringen es nie für den PC raus. Auf einmal kam es doch für den PC raus. Sowas unterstütze ich nicht. Aber wäre auch nicht so vom Style mein Game. Okay. Hier muss es auch irgendeine Aufgabe geben. So. Diese Region war bla bla bla. Du kannst Belohnungen. Hier muss doch irgendeinen Hinsch... Regionserforschungshinweise. Das ist die Sammlung. Ja, das ist das Buch. Inhaltdetail. Standort. Der Standort ist richtig. Favoriten. Nee. Vernichte den defekten Pflücker. Suche nach rauchenden Pflückern. Ah. Da. Das soll ich zerstören. Okay. Die Grauen habe ich nicht beachtet. Weg damit. Weg damit. Oh. Noch einen weghauen. Wo sollen wir dann hin? Wer will das? Haust du uns einfach? Während ich gerade weggucke. Und du auch noch. Mach dir hier alle mit, um mich zu ärgern. Und noch eine Wespe. Zack. Weg damit. GTA 1 bis 3 waren reine First-PC-Spiele. Genau. Zum Beispiel. Ne? Nicht vergessen, dass die PC-Spiele deren Kassen gefüllt haben, als sie noch klein war. So sieht's aus. Was spielst du Off-Stream? Gar nichts. Ich spiele alles On-Stream eigentlich. So. Willst du das jetzt haben? Und. Okay. Mit der kann ich nicht reden. Ansonsten einfach mal in meinen Kanal gucken. In die Playlisten. Was alles gespielt wurde. Und da hat man dann einen Eindruck davon. Eigentlich eher ruhige Spiele. Das hier ist mir schon fast zu hektisch. Aber ich mag die Welt und die Erkundung. Aber ich mag die Kämpfe nicht. Aua. Okay. Der ist Level 13. Und ich mach den easy fertig. Oder was? Ja. Okay. Das ist ein bisschen. Fehlt mir ein bisschen das Balancing. Okay. Aber irgendjemand will doch sicher diese Aufgabe haben. Nee. Ich kann den einfach abschließen. Okay. Gegen Spiegeleier. Zwiebelsuppe. Grillpilze. Hochwertig. Der Buff wirkt über den Tod hinaus. Kritische Trefferschanze. Nehmen wir. Okay. Dann hast du die Aufgabe nicht abgeschlossen. Dann können wir hier nämlich weg. Ich spiele eigentlich immer wenn ich was spiele online. Das einzige was ich aktuell ein bisschen Offstream spiele ist einen zweiten Spielstand. Seven Days to Die zum Beispiel. Einfach wenn ich Sachen ausprobieren will. Habe ich einen der quasi parallel zum Let's Play läuft. Weil ich da noch nicht so firm bin. Das ist das einzige was ich eigentlich so. Nehmen Beispiele. So Ashton. Wie bedient man die Wegpunkte? Ah. Looks like it's your first time using a waypoint. If you place your hand on a waypoint. The schema will be activated. And the stone will glow blue. Okay. Open your map and select a waypoint activated with blue light. You will be instantly transported to that location. Wirklich. Danke. Once you place your hand on a waypoint. It will glow with blue light. Activating the schema. If you open the map and select an activated waypoint. You can instantly travel to that location. Okay. Haben wir verstanden. Als ob man nicht weiß wie Wegpunkte funktionieren. Bisschen zu krass eingebaut die Wegpunkte. So. Hätte eine Tutorial Nachricht gereicht. Das sind Wegpunkte. Okay danke. Was habe ich verpasst? Wie? Wie lange warst du weg? Das ist doch die Frage. Wir haben ein paar Quests erledigt. Und sind jetzt wieder in der Stadt zurück. Und kriegen jetzt unsere ranzige Suppe. Wir kennen ja das Passwort. Also rein da mit uns. Fünf bis zehn Minuten weg. Ja dann hast du nur ein paar Schnetzeleien auf den Feldern verpasst. So. Äh nö nö. Schon in Ordnung. Ja natürlich. Ich habe ja auch alles selber gesammelt. Na dann mach mir mal die Potion. Das wird doch sicher schief gehen. Alright. Hier you are. Why don't you try it and see how it works. Was soll schon schief gehen? Den Trank trinken. Na Trinkanimation geht so, nicht wahr? Okay. Spüre wie sich das Manner beruhigt. Okay, einfach hört ihr Text auf. Ich werde deine Schwester dem Beruhigungsstack auch geben. Das kriegen wir hin. Zaroth. Zaroth. Okay, okay. 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 I'm careful. Oh man. Also ich muss sagen, ich habe selten ein MMORPG gesehen, was so volle Server hatte zum Start. Gefällt mir auf jeden Fall. Noch ein Buch. Immer gut. Die Musik im Hintergrund klingt ein bisschen wie Anno, wenn man ein Kontor gründet. Hier waren wir schon und dann reiten wir nach da hinten. Ich könnte jetzt auch Schnellreise machen, aber ich bin nicht so der Schnellreise Fan. Ey. Weil ich mir das hier auch alles immer angucken will, nicht? Den schönen Strand. Ah, da hinten zu diesem Leuchtturm ist es mal. Sind das alles Online-Player? Ja Es ist ein MMORPG Und das hier sind alle Spieler Die hier rumlaufen Das hier natürlich nicht, das sind Gegner Aber die Menschen, die rumlaufen Sind Meistens Spieler Außer sie sind Quest-Gegner Ich kann ja hier mal ein bisschen Bisschen leveln Ah, die Truhen sind auch zu einfach Das lohnt sich alles nicht Voll komisch Aber wahrscheinlich muss ich gleich irgendwas von denen sammeln Wir sollen in die Conti Conti Contamination Mein Gott Wo ist die? Hier vor uns Ah ja, ok, kriegen wir auch hin Crazy, auf jeden Fall Aber fühlt sich auch gut an, nicht? Wenn man hier so die Kämpfe sieht Genau das macht hier ein MMO aus Finde ich So hier Nicht, man trifft sich hier so ein bisschen Was ist das? Ok, ich hab einfach das Licht ausgemacht Hier alles Online-Spieler Floppy Floppy Visionär Lestock Raswans Texas Hunter Funti Woon Anxident Filner Wuli Super Vartos Den haben wir da noch Satoga Zu schnell Kytera Und mittendrin Larry Ida Wilson Ah ne, das sind hier Ida und Wilson nicht Das sind Keine menschlichen Spieler Ok, aber ich soll hier irgendwas machen Bei wem denn? Wahrscheinlich bei K. Loon Hier, K. Loon Was ist los? Ich soll dir helfen? Na klar Gute Nacht, Helena Du hast die ganze Nacht gemalt Äh, die ganze Zeit gemalt Ok, klingt gut Das heißt, auch in Kunst Demnächst eine Eins Freut mich für dich Dass du eine Eins auf jeden Fall Matte hattest Schlaf gut Träum was Schönes Und bis zum nächsten Mal Und Danke, dass du auf jeden Fall Da warst Ok, ich soll Irgendwas für ihn wieder machen Nicht? Also Ich hab schon verstanden Die Leute sind hier Faul und feige Und ich darf die ganze Scheiße Für sie ausbaden Naja, gut Nicht wahr? Wie jetzt müssen wir nämlich Geschöpfe besiegen Zack Oh, was ist hier mit dir? 20 Stücken brauchen wir Ok Wir pullen mal ein paar Ok, die Ich dachte, die laufen auf mich zu Aber das tun sie nicht Dass ich so alle auf einmal besiegen könnte Ok, jetzt wird's kritisch So Ok Ok Ok, also Fernkämpfer gegen Fernkämpfer Ist ein Problem dann Wenn die stehen bleiben Dann muss ich nämlich zu denen gehen Das ist nicht so gut Äh Wie viel haben wir? 18 Ok Noch die Truhe So Da haben wir's Angriffsheilmittel Achso Und was sollen wir da machen? Untersuche Kontaminationsmessgerät Um den Grad der Kontamination Zu ermitteln Boah Was für ein Wort Ich bin auch so ein Sprachgenie Krieg sowas natürlich super gut ausgesprochen Kontaminationsgerät Achso Und das muss ich an x Orten verwenden Alles klar Hier Ok, das war's Das war die Aufgabe Ja gut Sie hat uns immerhin zum Ziel gebracht In etwa Von daher passt das schon Wegen sie levelt man dabei eben Und ich mein Ich hab mich auch noch nicht satt gesehen An den Figuren Nicht Und dem Level Von daher Übt es ja auch das Kämpfen Ist ja auch ne coole Sache Ich muss sagen Grafisch ist es auf jeden Fall Oh jetzt regnet's mal Guck mal Hier oben gibt's die ersten Regeneffekte Oh yeah Ah schon Ich würde schon sagen Das ist auf jeden Fall ein Spiel Was einigermaßen Ne Welt bietet Die Ja Nicht die viel ermöglicht Denk ich mal Und weiterdenkt Ich mein so was wie Black Desert Hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen Oha Der alte Geheimdienstbericht Oder auch andere Spiele Aber das hier Ich find Diese realistischere Grafik Die holt mich halt ab Und das Kämpfen Ist halt so ein bisschen Da hat WoW Auf jeden Fall die Nase vorne Nicht Da hat man mehr So das Gefühl Ähm Man hat Einfluss darauf Was man tut Das hier wirkt alles noch sehr Eher lose Nicht Ich drück irgendwas Weil ich Gerade drücken kann Aber warum ich das drücke Und was es mir bringt Außer dass der Gegner schneller umfällt Ist mir noch gar nicht so bewusst Nicht wahr Okay Hier ist die Küste zu Ende Kommen wir bis da rüber Wahrscheinlich nicht Aber die versuchen es alle Anscheinend Du gehst auch schlafen Hula Hoop Dann Gute gute Nacht Schlaf schön Und ich frag Forscherin Der Windhügelküste Gleich Was wir hier Machen Gute Nacht An alle die ins Bett gehen Schlaft schön Und bis demnächst Ich untersuche die verseuchten Wesen Okay Okay Naja wir schaffen das Wir haben nur 30 Sekunden haben wir Okay Wir müssen in 30 Sekunden runter Und wieder hoch Bis wann streamst du noch Da morgen Feiertag ist Heute länger Jetzt weiß ich ja warum Die alle runtergeflogen sind Nicht Oh Wahrscheinlich 0 Uhr 1 Uhr Mal gucken Und wenn ich hier auch lande Hier gibt es doch sicher ein Buch Oder sowas Wir hatten die Treppe gebaut Also der war ja maximal lost War nur für Weiß nicht Für Krabbelviecher oder was Ich hab Wasser geschluckt Ja Selbst schuld Ist da drin ein Buch So und jetzt haben wir 30 Sekunden Um das dann hoch zu kriegen Gibt es doch sicher Genau da Okay Da müssen wir dann hin Wie kann ich helfen Ach hier Mina Hier ist dein Mann Am Beruhigungstrank Grafikfehler Okay Jetzt redet sie nicht mehr Okay Zarots Männer Wurden ins Versteck Sie musste weglaufen Okay Wohin ist sie Der Beruhigungstrank Genügte nicht Um sie zu bändigen Sie ist im Leuchtturm Okay Und da kriegen wir auch Hinweise Wo sie dann Hin ist Alles klar Wo ist jetzt der Schadstoff Hä Okay Okay Ich muss so oder so nochmal hoch Dann können wir das einmal üben Dass wir hier hochkommen 30 Sekunden haben wir Okay Das kriegen wir hin So und was So wo muss ich jetzt hin Ah Ich muss da unten hin Okay Schaffen wir Okay Was muss ich hier machen Red ein Ziel Besorge magische Reagenz Achso Die muss hier erst spawnen Oder was Ah klasse Oder habe ich die jetzt schon An mir Hinweis Die Reagenzflasche ist Unter dem Zeitdach Hinter dem Hä Kapier ich nicht Also das ist schlecht Die ist die erste Quest Die so ein bisschen Schlecht gemacht ist So Spring da runter Und dann aber irgendwie Du brauchst noch irgendeine Flasche Hä Dann sag mir doch Gib mir die Flasche doch einfach Also das ist so irgendwie Quatschig hier gerade So So wo ist jetzt diese Flasche Ach hier No Das Gut Wird auf der Karte angezeigt Nicht aber Jetzt haben wir 30 Sekunden Na Fall doch einfach Hallo Danke Ich bin ins Wasser gekommen Nicht Das kann derzeit nicht benutzt werden Ich habe nur 30 Sekunden Wahrscheinlich Okay Ich darf also nicht ins Wasser fallen Oh Okay Hass Quest Hast du Fallout gespielt Oder wenn Nein Die neue Serie geschaut Die Serie habe ich nicht geschaut Hat mich irgendwie Ähm Nicht abgeholt Aber Fallout natürlich Alle Teile gespielt Wobei 1 und 2 nur rudimentär Da war ich zu jung Taktik habe ich erst richtig gespielt Okay Aber auf jeden Fall Coole Spiele Ist er was? Eine große Steinkrabe Da hinten Alles klar Okay Du kannst verschiedene Herstellungsmaterialien sammeln Je nach Wetter kannst du spezielle Materialien Durch Veränderung der Umwelt erhalten Okay Also Umwelt ist doch ein Faktor in dem Spiel Okay Und es regnet aktuell Das ist natürlich sehr sehr gut Das heißt wir können die Quest aktuell dann auch erfüllen Hoffentlich regnet es da hinten auch 76 war schwach Ja da habe ich nur ganz kurz reingeguckt Stimmt Ja das ist für mich auch kein Fallout Spiel Nicht 1, 2, 3, 4 Und Fallout Tactics Das sind für mich Fallout Spiele Alles andere Ja Nicht Fallout 76 war von Anfang an so ein Wir brauchen Geld Wir wollen viel Geld machen Mit einem Service Game Und deswegen machen wir jetzt ein Service Game Ähm Super Hier regnet es nicht mehr oder was? Das fällt gerade auf Nicht? Okay Glück gehabt Hat nämlich gerade von Regen auf Klar geändert hier Also dass es Wettereffekte gibt Und die abhängig sind Ob man eine Quest erfüllt oder nicht Finde ich wieder gut Aber das mit der Flasche da oben Das war total dämlich Das hätte man irgendwie Warum gibt die mir nicht Einfach die Flasche Nicht? Was ist Da hätte man ein bisschen Moderner reagieren können So wie beim Trinken eben Nicht? Dass sie Einfach dann Hier die Flasche Und dann geht die Quest los So Das wäre noch ein bisschen Cooler gewesen Ich habe vor zwei Wochen Nochmal gespielt Und die haben viele Bugs Und Lacks gepatcht Ja gut Dass viel passiert ist bei 76 Aber zu spät Und zu wenig Einmal am Anfang Raus gewesen Und ja Dann nie wieder reingekommen Aber ich würde sagen Das war erstmal Die Folge Wir sehen uns zur nächsten Gleich wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal